In was für einem Deutschland wollen wir eigentlich leben? Ich möchte vor allem in einem Deutschland leben, in dem ein dritt- oder viertklassiger Sprechgesangskünstler wie du keine sauteuren, überflüssigen Apps auf Steuerzahlerkosten entwickeln lässt. Wollen wir in einem Deutschland leben, in dem wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen oder wollen wir uns zusammentun und die schwierigen Fragen miteinander klären? Wenn wir uns dazu die Zahlen, die Statistiken anschauen, dann müsste man diese Frage vor allem den Linksextremisten und den Islamisten in diesem Land stellen, die ja entweder als Hammerbande getarnt mit Lina E. losziehen, um angehende Fahrlehrer, um denen oder einem zumindest seine Sprunggelenke zu zertrümmern oder mit der Machete durch die Stadt zu ziehen, mehrere Häuser anzuzünden, mit dem Lieferwagen in verschiedene Geschäfte zu fahren oder möglicherweise Gruppenvergewaltigung zu begehen. Vielleicht sollte man mit den Leuten mal darüber sprechen. Soziale Gerechtigkeit, Krieg in Europa, Klimakatastrophe. Ihr glaubt tatsächlich, dass die Bevölkerung im Land, dass die Menschen sich hauptsächlich für diese Themen interessieren, dass das die großen Krisen unserer Zeit sind. Wenn man sich aber die Probleme der jungen Menschen anschaut, vor allem anschaut, wie junge Menschen in Deutschland gewählt haben, dann sind das eben nicht die Probleme, dann sind das nicht die Dinge, die junge Menschen umtreiben, die sie von der Politik gelöst haben wollen. Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, das sind so Themen, die uns beschäftigen. Wir stehen halt für Respekt, für demokratische Werte. Selbstverständlich wird hier nicht vom Antisemitismus, von islamistischen Gruppen, von denen, die sich für Palästina engagieren, die dafür demonstrieren, die überall auf die Straße gehen. Von diesem Antisemitismus spricht man hier nicht. Nein, man spricht vom Springerstiefelglatzen Ronny-Nazi-Antisemitismus, der natürlich das größte Problem in Deutschland ist. Und wir beide gemeinsam arbeiten ja schon seit 20 Jahren für Jörns Initiative laut gegen Nazis. Wer sich mal überlegt, wo die fünfköpfige Familie heute Abend gemeinsam ins Restaurant geht. Wollen wir alle zu Opa ins Wiener Schnitzelrestaurant? Oder die Kinder wollen in Club M amerikanische Hamburger essen? Oder Mama möchte Sushi und Papa möchte gerne Froschhenkel? Also wer diesen parlamentarischen Prozess des Abendessen gehens in der Familie kennt und weiß, da geht keiner ohne Kompromiss vom Platz, der kann das sehr schön in die Wirklichkeit des politischen Alltags übersetzen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass man in der konstituierenden Sitzung, bevor sich der Landtag im Prinzip zusammengefunden hat, um überhaupt beschlussfähig zu sein, dass man dann klammheimlich eben die, heimlich nicht wirklich, aber dass man dann in einem Coup die Geschäftsordnung ändert, sodass das alleinige Vorschlagsrecht, so wie es seit jeher war, eben nicht mehr bei der stärksten Fraktion, in dem Fall der AfD, liegt. All das sind diese demokratischen Prozesse, von denen ich hier spreche. Die demokratischen Prozesse, wo überall die AfD ausgeschlossen wird, ob das grundsätzlich das Amt des Landtags Vizepräsidenten ist. Sachsen sei hier als positive Ausnahme einmal erwähnt. Und viele andere Ämter, wie zum Beispiel die Kommission, die den Verfassungsschutz kontrolliert in Thüringen. Und da gibt es noch unzählige weitere Beispiele. All diese demokratischen Prozesse sind natürlich nicht gemeint von dem Mann mit der lustigen Kappi auf dem Kopf. Wenn jetzt jemand kommt und die einfachsten Argumente nimmt und uns an dieser Diskussion hindert, weil er die Argumente niederschreit, weil er Lügen verbreitet, weil er dem anderen nicht zuhört. Ja, die Argumente, dass anderen niederschreien und dem anderen nicht zuhören. Ich war auf vielen AfD-Veranstaltungen, unter anderem auch in Nordhausen, unter anderem auch in Essen beim Bundesparteitag. Dort ist es überall erklärtes Ziel der Antifa, der echten Demokraten, der Gegendemonstranten. Deren Ziel ist es eben, die Veranstaltung so massiv zu stören, dass niemand mitbekommen kann, was dort gesprochen wird. Sich niemand eben selbst ein Bild vor Ort machen kann. Sich keine eigene politische Meinung bilden kann. Aber auch das sind natürlich die Guten, das sind die echten Demokraten. Auch die spricht er hier natürlich nicht an. Denn gemeint sind immer die bösen Rechten. Nur, dass die auf solchen Veranstaltungen eigentlich nie auftauchen. Und weil er den politischen Gegner verunglimpft, verfolgen und vernichten möchte, statt zu sagen, ich möchte gerne deine Sicht der Dinge hören und ich möchte mit dir einen Kompromiss finden, dann ist das eine demokratiezersetzende Praxis. Irre, was ihr alles beschreibt, was so von linker Seite im Prinzip in den letzten zehn Jahren, da kann man die CDU großzügig mit einschließen, was sie im Prinzip betreiben. Wann habt ihr zuletzt mitbekommen, dass sich jemand tatsächlich hingesetzt hat mit jemandem, der die Meinung von der AfD vertritt? Oder könnt ihr es euch vorstellen, der gesagt hat, mich würde jetzt wirklich mal deine Sicht der Dinge, deine Weltsicht, deine Ansicht über bestimmte Themen würde mich tatsächlich interessieren. All die Dinge, die er hier vorwirft, die vermeintlich der rechte Raum, das rechte Spektrum, was von denen angeblich mutmaßlich praktiziert werden soll, all diese Dinge machen Linke in Deutschland seit Jahren, wahrscheinlich auch schon wesentlich länger, seit Jahrzehnten. Und es fällt ihm nicht einmal mehr auf. Und Demokratie ist tatsächlich gegenseitiges Verständnis. Sie ist wertvoll für uns, weil wir frei sind. Und das zu verteidigen, das gilt es. Also diese gemeinschaftliche Wehrhaftigkeit der Demokratie können wir nur selber gestalten. Und noch sind wir 70 bis 80 Prozent Menschen in diesem Lande, die dann eben halt das durchaus organisieren könnten. Deswegen ist es wichtig, dass man aufeinander hört und sich ernst nimmt. Außer auf die 30 Prozent in Ostdeutschland, die die bösen Rechten gewählt haben. Das sind die bösen Schmuddelkinder, mit denen möchte niemand etwas zu tun haben. Das hat auch Olaf Scholz bei seiner Rede am Tag der Einheit klargestellt. Eine Versachlichung der Diskussion ist friedensstiftend. Und das hat sich auch bewährt. Ich meine, Demokratien sind stabil, aber sie sind eben auch gefährdet. Eine Versachlichung der Diskussion. Wann habt ihr zuletzt eine wirklich sachliche Diskussion mit einem AfD-Politiker irgendwo gesehen oder mitbekommen? In irgendeinem Fernsehinterview, in irgendeiner Talkshow. Wann gab es da zuletzt eine wirklich sachliche Diskussion, wo Argumente ausgetauscht wurden, wo nicht auf die Person eingedroschen wurde, wo mit billigen Floskeln im Prinzip der andere niedergebrüllt wurde? Wann habt ihr das zuletzt mitbekommen gesehen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Gerne auch mit Ort und Zeit, wo ihr das mitbekommen habt. Ich schaue mir das natürlich gerne an. Zu ihrem gratis mutigen Format schreibt Vox selber auf ihrer Internetseite. Vox-Stimme geradeaus, meinungsstark und ganz persönlich. Die Speaker-Doppelpunkt-Innen sprechen direkt zu den Zuschauer-Doppelpunkt-Innen. Vox zeigt Haltung und das täglich zur besten Sendezeit. In dem neuen Short-Format tritt montags bis freitags ein anderer Mensch mit einem besonderen und sehr persönlichen Anliegen vor die Kamera. Promis und Nicht-Promis bringen ihre Meinung zu einem bestimmten Thema auf den Punkt. Die Redner-Doppelpunkt-Innen sprechen im kürzesten Vox-Format aller Zeiten dabei stets gerade heraus, meinungsstark und ganz persönlich direkt zu den Zuschauer-Doppelpunkt-Innen. Wer noch keinen Grund bisher hatte, Vox nicht mehr zu schauen, der hat jetzt vielleicht einen gefunden. Das ist unsere Vox-Stimme. Und was für Ideen hast du für den Erhalt unserer Demokratie? Figuren wie den beiden würde ich nicht einen einzigen Cent Steuergeld zukommen lassen. Im Gegenteil, diesen Initiativen vereinen laut gegen Nazis und auch dem Mitbegründer der Luca-App. Die Leute würde ich tatsächlich dazu zwingen, jeden einzelnen Cent an Steuergeld, den sie erhalten haben, zurückzuzahlen. Das war es mit meiner Reaktion auf dieses kurze, kleine Video, diesen Ausschnitt von Hashtag Vox-Stimme. Habe ich vorher noch nie von gehört. Ist mir so zufällig über den Weg gelaufen. Gibt es noch viele andere coole Theorien und schwachsinnige Beiträge und Videos von denen. Denn unter anderem hat sich Serdar Somuncu da ein bisschen wirr, was jetzt für ihn grundsätzlich nichts Neues ist in letzter Zeit, zum Thema kulturelle Aneignung geäußert. Auch dazu und zu diesem Beitrag wie immer eure Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.